so wie soll es auch anders sein kann zu ziehen du bist nummer zwei ich fordere ebenfalls heraus zwei booster kam es in poko stehen gegen dich an du kannst du wieder an den kiosk rennen oder zu rossmann wo auch sonst immer hin rennt kannst du was machen machst du ja sehr gerne und dann werden wir sehen ja gewinnt zwei booster ich fordere raus ich gehe jetzt mal wie kanto vor ich bin gerade am rossmann und ich bin gerade am kiosk ich nehme natürlich das hinterste als kind hat man immer das hinterste booster genommen gottes komischen eingedrückt und von der anderen seite nämlich natürlich auch das sind das kind hat man ab und zu gott gedacht dass die jetzt ganz hinten versteckt sind und von daher schauen wir mal rein was der liebe kanto zu überbieten hat ich muss mich die karten jetzt wegnehmen wir haben ein wunderschönes artwork ich gehe einfach mal hier durch die karten sind euch alle bekannt wir machen alle momentan kam es in popo auf und kann die full art ex ich hatte glaube ich schon dreimal gezogen aber die ist auf jeden fall dabei die soll erst mal gut bieten geil was für ein hit gleich am anfang ich habe genau das her dass das kiosk päckchen genau richtig gemacht da freue ich mich sehr da freue ich mich sehr die lassen kann man hier noch ein bisschen liegen wird auch gleich eigenes lief keine ahnung jetzt kommt das zweite päckchen ich glaube ich glaube ich mega gut freue ich mich sehr ich will das set auch mastern genauso wie das ziel der könige set bloß das ziel der könige set ist das kostet mich momentan echt viele nerven und euronen muss ich sagen und wir haben schack und wir haben island 30 ex ok mach mal bitte zwei booster auf und verbiete eine ex und eine full art ex wie krass ist das denn bitte lieber kanto sie was du möchtest aber nicht besser als das hier bitte liebe geht raus macht's schön gut tschüss